Musik Deutlich kann man die Verschmutzung der angelieferten Behältnisse erkennen. Die Behälter sind vollständig entleert. Anhaftende Rückstände sowie Papieretiketten sind Störstoffe, die in der neue Herbold-Aufbereitungsanlage entfernt werden. Nach dem Entladen des Trucks werden gegebenenfalls Packmittel wie Paletten entfernt. Mit dem Radlader wird nun der Trichter des Vorzerkleinerers, ein Zweiwellenschredder, mit den Kanister und Flaschen befüllt. Der Schredder arbeitet sieblos. Er schneidet die Behälter in Streifen von maximal 10 x 30 cm. Das Schreddergut fällt auf einen Gurtförderer. Manuell werden größere Fremdstoffe, z.B. aus BC und LDPE aussortiert. Eine Metallsuchbrücke kontrolliert den Materialstrom auf den Gurt und stoppt, sobald Eisen- oder Nicht-Eisenmetalle erkannt werden. Der Gurtförderer transportiert das Schreddergut in die neue Herbold-Nassschneidmühle der Baureihe SM. Der Maschinentyp besitzt eine spezielle Gehäuseabdichtung und kann gegebenenfalls mit auswechselbaren Verschleißplatten versehen werden. Das Schreddergut wird zusammen mit bis zu 5 m³ Wasser pro Stunde in den Mahlraum der Schneidmühle gefördert und auf eine Korngröße kleiner als 15 mm gemahlen. Das Mahlgut gelangt über eine Schurre in den neue Herbold-Friktionswäscher. Diese Zentrifuge wird mit einer Frischwassermenge von bis zu 3 m³ Wasser pro Stunde beaufschlagt und löst weitere Störstoffe. Der Materialstrom gelangt weiter in den neue Herbold-Intensivreiniger Typ IR. In diesem Prozessabschnitt werden nun die Anhaftungen sowie die Papieretiketten zusammen mit dem Prozesswasser abgeschieben. Das trockene Mahlgut mit einer Restfeuchte von unter 1 % wird durch ein Materialfördergebläse in einem Zickzack-Sichter transportiert. Dieser Fallstrom-Sichter trennt das Mahlgut in eine LDPE- und eine HDPE-Fraktion. Pneumatische Förderanlagen transportieren die Fraktionen in Abfüllstationen. Pneumatische Förderanlagen Pneumatische Förderanlagen Das Prozesswasser wird in einem ersten Reinigungsschritt in einer Schwingsiebanlage gefördert. Hier werden die abgeschiedenen Rückstände der Etiketten im Anschluss entsorgt. Pneumatische Förderanlagen Pneumatische Förderanlagen Pneumatische Förderanlagen Pneumatische Förderanlagen Die 전에 Behindertische Förderanlagen